Hallo liebe Kinder und liebe Eltern, leider können wir den Kindergottesdienst schon wieder nicht in der Kirche feiern wegen der Corona-Situation und deswegen haben wir uns nochmal was anderes ausgedacht. Dazu braucht ihr so eine Kerze und einen Stift und dann könnt ihr eure Eltern bitten, von unserer Seite hier einen Fragebogen auszudrucken. Den könnt ihr euch dann schnappen und wann auch immer ihr in den nächsten Tagen Zeit habt, mit euren Eltern zur Kirche Rosenkranz in Wersten zu gehen und diesen Fragebogen oder einen kleinen Rundgang mit euren Eltern zu machen. Wir hoffen, ihr habt viel Spaß dabei und vielleicht schaffen wir es uns ja nach den Sommerferien in der Kirche wieder zu treffen. Wir würden uns ganz doll freuen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Rundgang. Tschüss!